Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Wie war das? Ich glaube es war, willkommen zu diesem Kanal. Ich gucke seine Videos nicht oft. Ich bin der Cousin von dem, wie heißt er, der kommt nochmal. Ich glaube, der heißt, auf jeden Fall, er hat gesagt, ich darf mal ein Video aufnehmen und ich spiele mein Spielspiel heute. Fortnite. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Video darf. Das ist interessant. Ich will natürlich mitbauen. Das wird lustig. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich mal eine Runde spielen darf und dann über ein Video dazu machen darf. Dann werde ich endlich auch mal für die Berühmt. Und alleine, ich kann ihn bestimmt berühmt machen. Mein, äh, großen Cousin. Ja, ich bin über Nacht momentan bei ihm deswegen. Ja. Okay, nice. Ich bin jetzt vor kurzem in die fünfte Klasse gekommen. Wie findet ihr, warte, habt ihr schon in die fünfte Klasse gemacht oder wie findet ihr das so? Ich weiß nicht im Moment gar nichts mehr. Also. Wirklich. Gar nichts. Das finde ich sehr, sehr traurig, leider. Aber was auch immer. Ich werde drüber hinwegkommen. Nicht wahr? Okay, ich lande natürlich bei Töte Towers. Mein Gott, finde ich es immer so, da geht es richtig los. Gott. Aber der ist ja voll. Der hat ja blöde Spins, mein Cousin. Und der ist ein voll niedriges Level. Und freundliche Freunde hat der? Venom. Das ist ja ein komischer Name. Aber was auch immer. Let's go. Mir ist auch schon gefallen, dein Mikrofon schalten ein bisschen. Wisst ihr, woran das liegt? Weil jetzt höre ich mich bisher nicht voll blöd an mit einer wunderschönen Stimme. Ja, sag mal, meine Stimme hört sich an wie... ...Gay. Wisst ihr, was das Wort gay ist? Das Wort gay. Ich weiß nicht, was gay ist. Weil da sagen die Größeren anscheinend alle immer um. Ja, das ist ja ein neues Update. Die Jetpacks. Hab ich gar nichts vergessen. Jetzt muss ich... Jetzt bin ich aber zu fast doof bei mir. Bin ich ganz ehrlich, dass ich das jetzt geworfen habe. Weil jetzt muss ich erwarten... Oh, nee. Wie ist das hier? Das ist mich voll gesaugt dazu. Nein. Ich gucke, da sind wieder zwei auf mich. Ich hab gar nicht, aber gar nicht gewinnt. Das ist auch unfair. Ja, ich bin nicht eingespielt. Deswegen ist mein Aim heute immer ein bisschen schlechter. Grüße gehen auch raus an Philipp. Und Joachim. Ihr seid meine Brows. Und habt ihr schon eine Freundin? Ich hab schon eine Freundin. Der Name ist... ...Greta. Sind seit ein paar Tagen zusammen. Hab vorher eine andere schon gehabt. Ja, ich wechsle immer so durch. Ich bin sehr beliebt bei den Mädchen. Ich bin jetzt auf Gesamtschule. Ich bin jetzt auf Gesamtschule. Ich bin jetzt auf Gesamtschule. Und ich verstehe dort einfach nichts. Das find ich blöd. Oh. Cool. Ja, weil... ...mit Diagrammen und so. Bis... ... vor ein paar... ...wochen wusste ich noch nicht mal, was das Wort Diagramm überhaupt da ist. Das wär ja schön und gut, ...wenn wir vor ein paar Wochen das Thema erst angefangen hätten. Aber das Thema haben wir jetzt schon seit... ...mehreren... ...Monaten. Ich weiß jetzt immer noch nicht. Also wie das geht alles. Und ich hab jetzt was goldenes gehabt. Nee, das war nur die blöden Bar... ...Manno. Ja, und mein Cousin. Er hat gesagt, ich darf seinen Namen nicht sagen. Ähm... Es ist... ...seh... ...sehr nett von ihm. Weil ich hier spielen darf, find ich. So. Bisschen Ordnung im Inventar ist richtig. Es ist schon... ...sonst macht das doch alles keinen Spaß. Ich fahr ganz kurz mein Schildi absetzen. Ich hoffe, du verzeihst mir Schildi. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst, ne? Okay. Wo muss ich denn... Wo würde ich denn hin? Ähm... Ich geh nach Grisigruf. Ich kann diese Namen alle nicht aussprechen. Es ist viel zu viel Englisch für mich. Ich... Ich kann auch kein Englisch. Bin ich ganz ehrlich. Ähm... Mein Bruder... Also, nee, mein Cousin. Ich hab keinen Bruder. Äh... Was auch immer. Ich glaub nicht, dass er will, dass ich das sage. Er ist tot. Aber ich glaub trotzdem nicht, dass er das will. Ähm... Also... Ich hab... Mein Cousin hat mit ihm jetzt gesagt, ich soll einen Satz bilden. Auf Englisch. Dann hab ich gesagt, I did eating my essen. Und ich wusste ja, dass Essen vielleicht nicht das richtige englische Wort dafür ist. Aber er hat mir gesagt, dass Tempo ist es falsch vom Verb. Und das... 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 Oh... Nee, nee. Oh, oh. Nee. Ich hab halt gar nichts mehr. Ja, warum bin ich denn eben auch gestorben, Mann? Ja, weil ich den einfach die ganze Zeit nicht getroffen hab in meinem Scharfschützengewehr. Das ist das blödeste Scharfschützengewehr, das jemals gab. Mano. Ja. Mein Cousin sagt es gerade... Was? Was? Ich soll jetzt die Aufnahme beenden. Wie geht das denn? Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, wie kann ich die Aufnahme beenden? Er hat gesagt, er will kurz ein paar Worte an euch richten, also... Ja, dann... Was machst du? Was? So, Leute, also, ähm... Ich bin eher ein bisschen genervt. Ich hab nicht zugeguckt, ich war die ganze Zeit mit meinem Handy. Auf jeden Fall... Ich bin auch noch fürs Zusehen, war anscheinend eine kurze Runde. Ich mag das Spiel nicht. Ich würd's niemals zocken. Auf jeden Fall, ich bin auch noch fürs Zusehen, Leute. Macht's gut. Ciao! Ciao! Ciao!